Hier befindet sich du jetzt auf einem von unseren beiden Stairmaster. Das ist ein ganz normales Treppensteigen. Wir werden das jetzt einmal aktivieren. Drückst du einmal oben auf den Quick Start. Und dann wird das ganz langsam beginnen. Hört am Anfang noch ein bisschen fest. Jawohl. Und es fällt jetzt ganz langsam an. Immer, dass du daran gewöhnst und das Gerät. Jawohl. Und jetzt werden wir ein bisschen die Geschwindigkeit steigern. Dazu hast du da oben einen Plusknopf auf der rechten Seite. Einfach einmal schön langsam probieren. Wichtig ist immer, dass du dich sicher fühlst drauf. Wichtig ist der rote Knopf unterhalb. Wenn du ein bisschen unsicher wirst, einfach den roten Knopf drücken, dann bleibt es stehen. Das müssen wir jetzt die Möglichkeit, dass wenn jeder normal geht drauf, dass man zwei Stufen nimmt. Oder auch seitlich. Das müssen wir jetzt ein bisschen einbauen. Ja. Ich versuche mal den Stopp noch zu drücken. Ja. Perfekt. Viel Spaß damit. Danke. Danke. Vielen Dank.